Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich Euch zeigen, wie man Vitello Tonato zubereitet. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Circa 200 Gramm Schmand. Zwei Dosen Thunfisch im eigenen Saft. Den Saft haben wir natürlich vorher entfernt. Fünf Sardellen. Einen guten Esslöffel Kapern. Frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. 200 Milliliter Mayonnaise. Ja, das sind unsere Zutaten für Vitello. So, ich gebe das hier einfach mal in den Becher rein. Und dann können wir das Ganze hier auch mit so einem Mixtab schön verquirlen, vermengen. Ja, ich gebe hier nochmal ein bisschen Mayo rein. Und nochmal probieren. Also wie man sieht, das ist noch etwas flüssig. Ja, also ich habe jetzt nochmal die gleiche Menge an Sardellen und Kapern hinzugefügt. Also praktisch das Doppelte reingeknallt, was ursprünglich gesagt wurde. So, jetzt hier eine frische Schlangengurke. Ein bisschen was von dem Dip drauf. Machen wir nochmal einen Kaper drauf. Sieht schöner aus. Ja, das gleiche hier mit dem Baguette. Einfach ein bisschen drüber aus Baguette. Ja, und das war es auch schon. Unser Vitello ist fertig. Ja, ich finde das passt hervorragend zu Baguette und Schlangengurke. Das kann man immer so nebenbei als Dip essen. Ja, probiert es einfach mal aus. Ich wette, eure Freunde werden begeistert sein. Ja, kann ich nur sagen, guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Über einen Daumen nach oben für das Video würde ich mich wie immer tierisch freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das machen würdet. Also bis dann. Ciao. Ciao.